Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. In diesem Video werde ich euch ein dreitägiges Full Day of Eating abdrehen und ja, let's go! Am ersten Tag gab es zum Frühstück Himbeeren und einen Zitronenjoghurt, außerdem ein Brötchen mit einer vegetarischen Salami, einem vegetarischen Snacktaler. Der Snacktaler ist ja damit, wo es nicht sehr lecker ist. Danach habe ich mir noch ein paar Chips gegönnt und einen Riegel Schokolade. Dann habe ich erst abends wieder Hunger bekommen und es gab Spaghetti mit Erbsen und Feta drüber. Und nach diesem Essen habe ich mir noch drei Samosas als kleinen Snack gegönnt und zum Nachtisch noch zwei Mojis. Das war auch schon der erste Tag. Am zweiten Tag gab es zum Frühstück erstmal einen Joghurt, weil ich nicht so viel Zeit hatte und dann später nochmal ein großes Brötchen mit Feta und Frischkäse und Tomate. Dann habe ich gekocht. Es gab eine Gemüsefüllung mit Hackfleisch. Die habe ich dann nochmal zusammen mit Käse in einem großen Tortilla angebraten. Das war sehr lecker übrigens. Dazu habe ich noch ein paar Chips gegessen und nach dem Essen habe ich noch diese Schokolade probiert, aber davon wirklich nur ein Stück, weil die hat mir nicht so gut geschmeckt. Das war es auch schon mit Tag 2. Am dritten und letzten Tag habe ich zum Frühstück Quark gegessen mit Brombeeren, Himbeeren und Heidelbeeren und ein bisschen Ahornsirup. Das muss man natürlich alles gut vermischen. Und ein bisschen später gab es dann noch Weißbrot mit Käse, Frischkäse und wieder Feta, ein paar Chips dazu, Paprika und ein bisschen Tomate. Und danach habe ich mir noch ein bisschen Schokolade gegönnt als kleiner Nachtisch. Und abends gab es dann einen vegetarischen Döner mit Halloumi und natürlich viel Soße tatsächlich und noch eine Fennportion Pommes mit Mayo und Ketchup. So, das war es auch schon mit meinem dreitägigen Food Diary. Wenn euch das Video gefallen hat und sowas vielleicht öfter sehen möchtet, dann lasst mir sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da, über einen Kommentar oder ein Abo freue ich mich immer super doll. Und bitte schaut unbedingt nochmal in die Infobox, aber ich habe es dazu geschrieben. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag, bis zum nächsten Mal. Ciao.